Auf offener Straße in der Nacht entkleidet sich ein Kneipenwirt. Ein Ingenieur ist aufgebracht, der sich bei seinem Weib verirrt. Nach gleichgesinnten Viechern schielt ein homosexueller Hund. Ein Greis, der mit sich selber spielt, merkt, allzu viel ist ungesund. In schmutzig grüner Tunke hockt ein blauer Syphilitiker. Ein Boxer bebt, ein Baby bockt, verstiert, fault ein Zylinder her. Ein Auto bringt ein Fräulein um, ein Junge bricht ein Mädchen an. Verbittert ist der Mensch. Warum? Weil er nicht kuitieren kann. Das war Erotisches Varieté von Alfred Lichtenstein.